Eine Frage, die sich aktuell stellt. Wird das Kindergeld für Behinderte gestrichen? Einfach mal so. Ich möchte das als Video hier haben. Für mein zukünftiges Ich. Es steht jetzt momentan in der Diskussion, dass das Kindergeld, welches ich auch kriege, es ist so, dass Menschen, wo eine Behinderung vor dem 18. Lebensjahr oder vor dem 25. Lebensjahr bis zum Erreichen der ersten Ausbildung oder sowas eingetreten ist, dass diese, die das Kindergeld lebenslänglich sozusagen, weiterhin erhalten. Das geht an die Eltern und so weiter. Das soll wohl gestrichen werden, um allen Menschen in Deutschland 50 Euro mehr als 4 zu geben. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe das jetzt, also ich sehe da noch keine Entwicklung, das meine ich. Ich sehe weder, dass das wirklich kommt, noch dass das nicht, es wird zumindest besprochen, es steht im Raum. Und ich bin da jetzt mal ganz gespannt. Momentan ist das noch so auf neutraler Basis. Es wird, glaube ich, nicht kommen. So, kurzes Video. Mal gucken, was wir in zwei, drei Monaten wissen. Aber hier heute, 21. Oktober. Ich weiß es seit Anfang Oktober. Ja, als kleine Notiz. Bis bald.